Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Kock zu Sven, weiß ich auch nicht. Hallo Sven. Hallo. Hallo Sven, wir beide konnten schon die Serie vorab sehen. Ich habe tatsächlich alle Folgen, alle acht Folgen geschafft, weil ich ein fleißiges Männchen bin und meine Arbeit ernst nehme. Du hingegen hast nur die ersten sechs Folgen geguckt. Ja. Gut, in die Kommentare könnt ihr jetzt gerne schreiben, Hashtag fauler Sven. Ich wollte ja noch mehr gucken, aber es ging einfach nicht, diese blöden Feiertage. Ja, aber es wird jetzt auch spannend zu sein, festzustellen, ob du jetzt vielleicht weitergucken wirst, wenn die Serie offiziell am 4. April auf Netflix erscheint. Sven, kannst du uns eben kurz sagen, Crooks, worum geht's? Also, es geht um Charlie, er ist ein ehemaliger Safeknacker, lebt mit seiner Family in Berlin, doch seine dunkle Vergangenheit lässt sie natürlich nicht los und es geht alles schief, was schief gehen kann. Es geht von Berlin nach Österreich bis Marseille und das alles nur wegen einer kleinen Münze. Ganz genau, vielen Dank. Crooks ist die neue Serie unter anderem von Marvin Krenn oder Krenn. Wer den nicht kennt, der hat was verpasst, denn er ist dafür verantwortlich, dass Ricky Gervais mal eine deutsche Serie gelobt hat, nämlich 4 Blocks. Marvin Krenn hat nämlich 4 Blocks, glaube ich, mitentwickelt und viele Folgen davon auch inszeniert und versammelt hier für Crooks auch einige aus 4 Blocks bekannte Gesichter. Ganz vorne mit dabei natürlich Frederik Lau als Hauptfigur Charlie. Hast du 4 Blocks gesehen? Ich hab ein bisschen gebraucht, mich einzugewöhnen, aber danach konnte ich auch nimmer aufhören zu gucken. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Netflix macht's natürlich ganz clever, die stellen natürlich sehr heraus, dass jetzt Crooks oder Crooks, wie immer sie jetzt aussprechen mag, ist egal, die neue Serie von den 4 Blocks machen ist. Und ich finde, dass sie damit auch vor allem in der ersten Folge sehr deutlich spielen, weil sie da schon relativ viele bekannte Figuren der Mutterserie nenn ich's mal reinbringen. Aber hier schon mal als kleine Warnung, wer jetzt wirklich gedacht hat, dass das diese 4 Blocks Akteure oder Schauspieler sind's ja, in Crooks wirklich viel zu tun haben, meistens nicht. Und viele davon werden ja auch relativ unsanft aus der Handlung genommen. Ja, das stimmt. Also ich hatte mich auch über Waisel wieder gefreut, klar, Kita, Ramadan, Frederik Lau und wer mir auch sehr gut gerade so in den ersten Folgen gefallen hat, war Jan-Georg Schütte. Den fand ich sehr unangenehm diesmal. Also der ist wirklich ein guter Schauspieler und die Rolle, die er da hat, so gerade in den ersten beiden Folgen, die haben ja schon echt einen Schauer über den Rücken gejagt. Glaubst du vielleicht, dass die Serie ein bisschen dadurch, dass sie so sehr auf, also zumindest vom Marketing hier, so ein bisschen auf 4 Blocks so geeicht wird, dass sie damit vielleicht auch ein paar Leute vergrätzen wird? Denn so richtig 4 Blocks ist es ja nicht, weil, das kann man ja auch sagen, Berlin ist auch ein wichtiger Handlungsort, aber je länger die Serie geht, desto weiter öffnet sie sich, bis wir dann irgendwann sogar in Marseille sind. Ich glaube schon, dass das zieht. Also die Namen ziehen auf jeden Fall. Also haben bei mir schon, als ich den Trailer gesehen habe, wirklich großes Interesse hervorgerufen und dachte, okay. Es sieht auch von der Sprache her, dass das, was mich bei 4 Blocks so am Anfang und dieses ganze Gangstergequatsche auch so ein bisschen abgeschreckt hat, bis ich mich dran gewöhnt hatte. Aber hier hast du halt, es ist dasselbe Milieu, aber es ist nicht so auf, jetzt sind alle krass cool drauf gemacht. Und ich glaube, das könnte ein vielleicht doch breiteres Publikum ansprechen. Ja, wo du gerade gesagt hast, Sprache, es ist ja auch so, dass es hier diverse Parteien gibt, die nach dieser Münze hier jagen. Und diese Münze wird ja quasi so eine Art MacGuffin. Es ist letztlich vollkommen egal, was diese Münze eigentlich, wofür sie ist, wie viel sie wert ist, wie sie aussieht. Alle wollen diese Münze haben. Das ist so ein bisschen so, ja, der Motor dieser Geschichte, die da erzählt wird. Und das Schmieröl sind halt die Figuren. Und Fredericke Glau als Charlie ist so ein bisschen so, ich nenne es mal die Identifikationsfigur. Das heißt, dass der Typ, der eigentlich nichts damit zu tun haben will, aber halt reingerät, eher unfreiwilligerweise. Ich muss aber sagen, dass seine Figur für mich mit die ödeste war. Einfach, weil in diese Potpourri an Figurencharakteren eine Vielzahl von sehr, ja, von sehr wunderbaren Unikaten drin sind. Und das Schöne ist an der Serie, dass sie meine Lieblingsfigur gleich zur Hauptfigur machen nach einer Zeit. Nämlich ÖO, gespielt von Christoph Kutzler. Das ist ein alkoholsüchtiger österreichischer Gangster. Ein Sohn eines großen Gangsterbosses, der Alkoholiker ist und jedes Mal immer so Apfelsaft trinkt, wenn er glaubt, er muss jetzt saufen. Weil er ist halt dagegen, ich glaub, es scheint so eine Methodik zu sein, dass du irgendwie einen Fruchtsaft trinkst, wenn du dir lieber einen Wodka hängst, der die Binde kippt, keine Ahnung. Und dieser Jo, ich find solche Figuren geil. Nicht nur, weil der Jo körperlich meiner Struktur sehr ähnelt, sondern einfach, weil das so ein Kerl ist, der wirkt irgendwie echt. Das hat mir total imponiert, dieser Jo. Wie war's bei dir? Das stimmt. Ich fand auch, man schließt ihn relativ schnell ins Herz, auch wenn ich tatsächlich mit diesem Wiener Dialekt meine Probleme habe. Alles andere verstehe ich relativ gut, aber gerade so österreichisch, bayerisch, diese Fraktion hinten, wenn die da anfangen, richtig mit dem Dialekt loszulegen, hatte ich meine Schwierigkeiten. Aber er ist halt auch so ein Herzensguter, dem nimmst du das auch wirklich ab, der spielt das super. Und so zwischendrin dachte ich, okay, das ist so die österreichische Version von Don Lee. Weil, wenn der zuschlägt, dann ordentlich. Aber das war auch, also die Kampf-Szenen, die Action-Szenen, die es da auch gibt, die sind auch so schön, weil zum einen sind die sehr wuchtig und auch sehr rabiat und auch brutal. Also die Serie geizt auch nicht mit harten, heftigen Szenen. Aber auf der anderen Seite wirkt es auch nie so übertrieben, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass es genauso passieren könnte. Und dieser Jo passt da so wunderbar rein, weil er, der changiert so immer zwischen so, ja so ein bisschen Benni mit dem Blümchen und Benni mit dem Blümchen, der hat toll Wut. Ja, so kann man es gut beschreiben. Ja. Also dieser Christoph Krutzler, ich kannte dem sein Gesicht, habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber seinen Namen wusste ich jetzt nicht. Und ich finde, bei Crooks ist das für mich schon so der, wie heißt es im Sport, der MVP für mich in dieser Serie. Ach, es gab ein paar richtig gute Charaktere. Also ich mochte, also bei Die Rettung, der Typ heißt Die Rettung, da dachte ich auch, okay, da bin ich mal gespannt, was sie draus machen. Der sieht schon mehr als abgefahren aus. Aber wen ich auch sehr, sehr gerne mochte, war, ich habe sie Shotgun Margot genannt. Und die fand ich cool. Ja, ich weiß nicht, wie du meinst jetzt, ja, ja. Die ist gut. Sowieso diese ganzen Figuren, die sich da rumwuseln, das macht schon irgendwie Spaß, aber jetzt komme ich mal zu dem Kritikpunkt. Es ist aber auch wirklich sehr, sehr viel. Und wie gesagt, du hast es nicht zu Ende geguckt, ich habe es zu Ende geguckt. Am Ende wusste ich schon gar nicht mehr, okay, was war jetzt mit der Figur? Weil es ist einfach zu vieles. Also es ist wirklich anstrengend. Es ist nicht so, dass es jetzt in der Hinsicht anstrengend ist, dass ich sage, es ist furchtbar, das nicht. Aber es hat mir tatsächlich schon Energie geraubt, irgendwann am Ball zu bleiben und irgendwie noch zu registrieren, okay, die machen jetzt das und die sind jetzt da und das macht der und der ist jetzt hier. Und das war schon nicht ohne. Wie war es bei dir? Ja, es stimmt. Also so nach zwei Folgen hatte ich auch einen Kanal voll. Jetzt nicht, weil ich es nicht mochte, sondern weil halt wirklich viel passiert. Und es halt unheimlich viele Charaktere gibt, die auch alle so diesen, ja, diesen, ich finde schon so diesen Guy Ritchie Einschlag haben. Die sind skurril, die sind abgefahren, die sind, ja, widerwärtig. Man baut auch so gewisse, so einen gewissen Groll gegen einige auf, wo man denkt, ey, du hast ordentlich, du hast echt mal verdient eine, also natürlich nur in der Serie mal endlich bestraft zu werden für den Scheiß, den du da verzapst. Aber ja, nach zwei Folgen hat mir echt als Teil warst du Kopf geraucht. Ja, also ich habe, glaube ich, auch immer so zwei Folgen geguckt und dann Pause gemacht, weil es mir dann zu viele ist. Man muss aber auch ganz klar sagen, der Onkel Sven und der Onkel Stu sind ja auch schon etwas alt. Also wenn ihr jetzt vielleicht jung und dynamisch seid, dann könnt ihr auch vielleicht die ganze Serie acht Folgen, aber 50 Minuten durchbingen. Aber wir konnten das jetzt nicht machen. Aber wie gesagt, es ist halt anstrengend, aber ich habe es auch, ich fand es auch irgendwie ganz, ganz nice, so dieses, dass es einfach immer zu viel ist, weil Charlie hat ja gleich das gleiche Problem, also die eigentliche Grundhauptfigur, dass er ja auch immer überfordert wird. Er glaubt halt immer jetzt die Lösung zu finden und er stolpert halt dann den nächsten Schlamassel rein und muss da dann wieder raus. Das ist halt ein Konzept, das ist jetzt auch schon Asparo alt, aber es wird hier relativ gut angewandt, wie ich finde. Ja, ich habe mich nur zwischendrin gefragt, gut, du hast es jetzt schon zu Ende, du hast es ja zu Ende gesehen, dachte ich mir als manchmal, also irgendwie, es hat ab und zu so ganz kleine Längen. Ja, also Längen hat es auf jeden Fall, da gebe ich dir absolut. Die aber trotzdem schon interessant sind, also mir war es irgendwie nie langweilig, aber so manchmal dachte ich, ach, das hätte man so vielleicht ein bisschen verkürzen können, weil das irgendwie doch schon, hm. Hm, ja, es ist halt so ein bisschen, ähm, so vom, vom, vom Stock auf Stöckchen, weißt du, so, ja, wir müssen das hier organisieren, okay, dann brauchen wir aber vorher das hier, aber bevor wir das hier brauchen, müssen wir das hier holen, und bevor wir das hier holen können, müssen wir das machen. Und das ist Crooks in a nutshell. Und ich muss auch sagen, irgendwann gab es auch Figuren, die so plötzlich reingekommen sind, die sehr wichtig waren, die mir aber auch vollkommen egal sind, also zum Beispiel so diese Gangster-Chefin da aus Frankreich, die ja irgendwann reinkommt, nett gemeint, hätte ich nicht gebraucht. Und, ähm, ich muss auch sagen, dass Charlies, äh, Freundin, oder ihr, ich glaube, Ehefrau, Freundin, Verlobte, ähm, die ja dann auch ihr eigenes Abenteuer noch miterlebt, auch das hätte ich nicht gebraucht. Wie gesagt, das ist alles sehr, sehr viel. Und, ja, das ist, glaube ich, wirklich mein, mein Hauptkritikpunkt. Ich glaube, wenn man das entschlackt hätte, wäre das eine richtig rauschartige Serie gewesen, die richtig gut funktioniert hätte. So ist es anstrengend, aber immer noch mitreißend genug und lebt halt vor allem dank der Figuren und dank der Darsteller. Und das, das muss ich dann noch sagen, ähm, ich finde halt diesen Wiener Schmäh so toll. Also es gibt in den ersten zwei, drei Folgen gibt es so eine Figur, die hat so ein, ist so ein österreichischer Gangster und der ist halt so übertrieben, aber so geil. Und der hat auch noch so einen Irokesen, das ist so herrlich. Das ist 20er. Das ist so herrlich. Ja, genau, 20er. Ähm, gespielt von Gregor Friedrich, äh, der ja schon öfters, äh, in größerer Produktion zu sehen war. Und ich liebe den Mann einfach. Also, der muss schon den Mund aufmachen und ich bin im Himmel. Ich liebe den. Großartig. Ähm, und ich mag das. Also, das sollte unsere Kollegin Kati jetzt nicht hören, weil ich mit Kati ja im Clinch bin, aber ich mag dieses, 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 dieses Wiener Schmäh, finde ich immer großartig. Könnte mich reinlegen. Ah, damit hatte ich so, ah ja, Teil, was, wie gesagt, meine Verständigungsprobleme, ich hab's dann doch verstanden, aber ich musste wirklich konzentriert zuhören. Mhm. Doch manchmal ist es einfach so, wenn die dann anfangen zu drohen, mit dem Dialekt, fand ich's manchmal etwas. Ja, aber es ist halt so herrlich, weißt du, da kommt's halt zu einer Konfrontation und der eine zieht die Waffe und bedroht den anderen und dann sagt er, ja, steckst die Pufen weg. Das ist großartig. Ich find das toll. Ich find das wirklich toll. Also, dieses österreichische, die schaffen es immer, auf der einen Seite ist es total, fast schon niedlich und süß und auch sehr lustig. Auf der anderen Seite nimmst du die Drogen aber auch ernst. Ja, natürlich, weil, wenn du dann siehst, wie die Gewalt dann explodiert und die tut's ja auch teilweise wirklich, dann denkst du dir, okay, gut, nee, das hätt ich dann doch wahrscheinlich eher ernst genommen. Wie hat dir der Humor so zwischendrin eigentlich gefallen? Den fand ich ziemlich, also der ist schon sehr, sehr derb. Der ist wirklich sehr derb. Ich mochte ihn immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, dass er natürlich entsteht, wenn er organisch entsteht. Wenn ich das nicht, also, es gibt's ja den Humor, wo du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt, das ist jetzt deswegen, weil der Drehbuchautor, die Autorin gesagt hat, okay, wir müssen jetzt Lustiges machen. Und das wird irgendwie Witz reingeschrieben. Aber ich hatte oft so Momente, die ich wirklich lustig fand. Jetzt nicht, dass ich hier Kugeln vor Lachen auf dem Boden gelegen hätte, aber wirklich so Aufheiterungsmomente, die ich wirklich schön fand. Und also hier die Figur von dem Gregor Friedrich, dieser Zwanziger halt, also wie der halt so eine, sag mal, Polizeikontrolle einfach löst, da geht das Problem, was da mit einhergeht. Das fand ich zum Beispiel unglaublich witzig. Oder halt auch, es gibt irgendwann Schießereien auf so einem Bauernhof, da ist eine ältere Dame, die macht da mit. Das ist auch sehr amüsant. Das hat mir, das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Nicht alles, aber ich glaube, dass die Serie an und für sich auch einfach so eine Grundkomik hat. Also eine sehr düstere und sehr bizarre und absurde Grundkomik. Denn, wie gesagt, diese ganzen Gangster, die jagen ja einfach nur dieser Münze hinterher. Und die wissen gefühlt alle nicht so richtig, warum. Und das alleine ist ja schon eigentlich eine sehr absurde und auch sehr komische Grundsituation. Das stimmt. Was ich halt auch noch witzig finde, das wird wahrscheinlich den Leuten dann auch bewusst oder fällt einem auf, dass halt, ja, das schon die kleine Variante der Big Marble Leaf ist, die ja aus dem Bode-Museum gestohlen worden ist. Also wenn man die Münzen mal vergleicht, die sehen sich schon sehr, sehr ähnlich. Klar, gut, die eine wiegt oder wog wahrscheinlich 100 Kilo, während dieses kleine Ding da nur ein paar Gramm hat. Aber das sind so kleine Anspielungen, die mir auch gut gefallen haben. Ja, ich würde auch sagen, was die Serie auch sehr gut gemacht hat, am Anfang, wenn du diesen Raub siehst in diesem Museum, ich finde, das ist eine gute Visitenkarte. Also das ist eine Serie, wenn du die erste Folge siehst und damit nicht zurechtkommst, dann kannst du es dir sparen, weil genau so ist die Serie. Sie gibt dir echt einen guten Vorgeschmack. Und der Anfang der Folge ist auch, wie gesagt, echt mitreißend, weil dieser Einbruch, wobei Einbruch, ich meine, Einbruch hat für mich immer so ein bisschen was mit Eleganz zu tun, das hat es jetzt nicht. Aber dieses Energetische, dieses immer so in Bewegung sein, das hat diese Serie ja auch verinnerlicht, dass du nie das Gefühl hast, dass da mal Stillstand ist. Selbst wenn die sitzen und besoffen sind und sich unterhalten, du hast immer so was Getriebenes irgendwie, dass es niemals stillsteht. Und das ist ja, glaube ich, auch mit der Grund, warum neben den ganzen Figuren wir beide auch sagen, boah, das ist halt gut, aber echt anstrengend auch. Ja, das auf jeden Fall. Wobei dieser Raub ja auch an den, zumindest für mich, an den Überfall ans KDW erinnert, wo die ja auch einfach reinmarschiert sind mit Hämmern und Brechstangen und haben da drauf rumgekloppt. Das fand ich dann auch was, wo ich am Anfang dachte, ach komm jetzt, aber dann ist mir das eingefallen und dachte, nee, nee, übertrieben ist es eigentlich nicht. Das ist fast noch untertrieben. Trotzdem, ja, dieses Getriebene, dieses Gehetzte, man muss immer auf alles, überall lauert vielleicht Gefahr, man muss auf alles achten. Und das Gefühl hast du auch, das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht und das vermitteln sie wirklich mega. Hast du noch irgendwas zu Crooks, was du loswerden möchtest, außer dein Fazit? Nö. Gut, Sven, dann bitte, hau raus. Crooks. Crooks. Empfehlung, Nicht-Empfehlung oder? Kida-Empfehlung, auch an Nicht-Fans von 4 Blocks, aber auch eine kleine Warnung. Kida hat jetzt nicht die ominent große Screamtime, er kommt ein bisschen später. Ansonsten, alle Darsteller, Darstellerinnen machen ihre Sache super, super skurrile Sachen für Fans von Guy Ritchie, von früher, so Snatch, aber noch einen Ticken härter und krasseren Humor, sei diese Serie definitiv ans Herz gelegt. Mir hat sie sehr gut gefallen. Ich werde weitergucken. Ja, ich finde Crooks ist ein spaßiger Zeitvertreib, es ist sehr, es ist anstrengend, es hat aber selbst auch wirklich sehr viel Energie zu bieten, die Figuren sind toll, es ist alles immer ein bisschen arg viel und kann mir halt vorstellen, dass Netflix ja damit schon viele Leute glücklich macht. Ich war jetzt doch sehr zufrieden mit der Serie und hoffe, dass sie dementsprechend auch erfolgreich wird, wenn sie am 4. April auf Netflix kommt. Eine Frage noch, Sven, ich weiß gerade nicht, ob das als Miniserie angelehnt ist oder ob sie die fortführen wollen. Ich hatte jetzt das Gefühl, es wird eine Miniserie, aber glaubst du, wenn es jetzt keine Miniserie ist, würdest du oder hättest du schon Ideen, wie es weitergeht oder sagst du dir selbst so, ach eigentlich reicht mir das jetzt? Oh, ich hab da immer, wenn die erste Serie als Miniserie so ein bisschen angelegt ist, je nachdem wie das Happy End ausgeht und ich denke mal, es gibt eins. Würde es dann aber auch dabei belassen und jetzt nicht zwanghaft dann auf Fortsetzung machen. Also, ja, ich bin da wirklich sehr im Zwiespalt immer, wenn es dann einmal erfolgreich war, ob die zweite Staffel dann wirklich sein muss. Ja, gut. Ja, sehe ich eh nicht. Also, ich würde mich ja nicht beschweren, wenn sie eine zweite Staffel machen, aber ich kann so viel sagen, ich war mit dem Ende eigentlich ganz zufrieden. Mit diesem Ende bin ich jetzt hier auch zufrieden, denn ich kann euch noch sagen, dass wir eine eigene Webseite da haben, tele-stammtisch.de. Außerdem gibt es den Tele-stammtisch überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Könnt ihr gerne mal abchecken und uns da gerne eine positive Bewertung oder auch einen Kommentar hinterlassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Tag und sage Tschüss. Und Sven, dir gebührt das letzte Wort. Schaut rein. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso verlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.